So, Ola. Weiter geht's. Wir sollten den Unterschlucken beschützen. Eine infizible Rente in der Stadt robotieren. Wir besachten den Ausgang. Hey, die Kleine entfüllt sich und wir müssen nicht wo die Autopter. Wir müssen einfach wachsam bleiben. Wo? Das habe ich mir zwar schade gedacht, aber das habe ich mir nicht gedacht. Das ist sinnlos. Ich kann nicht sehen. Einfach weiter suchen. Wenn sie hier durchkommt, müssen wir dich schnappen. Wir sollten den Unterschlupf beschützen. Eine infizilte Rente in der Stadt. Hey, die Kleine ist tödlich und wir wissen nicht wo die Autopter. Wir müssen einfach wachsam bleiben. Okay. Siehst du das da? Nein. Siehst du das? Was ist da? Absolut nichts. Was ist da drüben? Absolut nichts. Ich sehe in diesem Fall. Los, hoch da unten. Hier ist jemand, bei dir? Ja, das gleiche. Was ist der richtige Taktik-Koi noch nicht? Nein. Was ist der richtige Taktik-Koi noch nicht? Was ist der richtige Taktik-Koi noch nicht. Was ist der richtige Taktik-Koi noch nicht? Was ist der richtige Taktik-Koi noch nicht? Ich helme dich aber auch nicht. Fertig, ich habe es nicht das die Taktik-Koi noch nicht, O.S. Er, es ist etwas cool. Es ist das. Hier ist jemand. Dort. Nichts. Oh, scheiße! Ich bin dabei. Ich habe dir nichts. Ne, ich habe nichts. Ich habe nichts. Der ist der Tor, der Kasse. Geh weiter, hey! Das ist Technos, ich kann nicht fahren! Oh Scheiße! Ja, okay, weiter geht's! 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 Ja, okay! Ja, okay, weiter geht's! Ja, okay, weiter geht's! Ja! Ja, okay, weiter geht's! und Da hab ich mal ein Pumpkin, wow, das ist geil, wow, da muss ich mal gleich sitzen, ja, mit der Pumpkin, da schaut er das gleich, wow, da ist schon ein bisschen weg, der Pumpkin shot ist natürlich schon ganz anders da aus her. Wo, wo, wo ist der Wunner, wo denn? The Om. Ist das überhaupt, Dona? A Däuser, wir sollten nie den treffen. Däuser! 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 Ja, okay. Baby. Du bist tot, Adler! Was? Der lebt dabei noch? Alter, Vater. Also ich sage, entweder geh weiter oder alter Vater. Einfach sauber zu oft hintereinander fällt es mir ab. Also, lass uns selbst anders sein wollen. Es wird aber nicht so einfach sein. Geh. Geh, weil ich nicht den ganzen Tag Zeit war. Wo steckst du bloß? Was? Hat die Fassel jetzt als Orientierungspunkt oder hat das stinknormale Fassel zum Warmer? Was ist das? Was macht Ellis Zeug hier? Oh Gott! Ja, ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Oh, scheiße. Halli. Ich habe sie, alle wenige Gäste die Gäste noch nicht. Oh. Ich habe sie, alle, alle überlassen, meine Gäste. Ich habe sie mit vier Wästen an und mache alle mit denぁ�nden, Sie haben die Gäste noch nicht gesehen. Ich habe sie mit 4,000 Euro für Fassel mit dem Geld. Entschuldigung! Das ist okay, aufzugehen. Das ist keine Schamme. Ja, nicht. Gar nicht dein Ziel, oder? Dann kannst du doch weg. Leck mich! Du, so kennst du mich? Ich will dann auch dir gesagt sein. Du, so kennst du dich, mein Hund durchschwähl ich. Erli! Hör auf! Hör auf! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Hier, hier! Ich bin's! Er wollte mich! Ich will. Okay, klar. Hör auf! Okay. Ali! 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 Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los kleine. Ich schaue schön, dass sie es geschafft haben. Wirst du die Prise? Beide. Ich sage dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das würde dir bestimmt gefallen. Ich schaue es aus. Aber wie wird mein ganzes Staff noch? Ja, natürlich kein Mund für die geile Puppen. Boah, liegt da Zeige. Alter, vor uns. Der Zug ist schon wieder her. So, was kann ich jetzt machen? Oh, Medikin. Hört damit. Molotow ist nicht so wichtig. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich habe gestern zum Fliegen geträumt. Ach, wie? Ja. Also schön, da ist es ziemlich schlimm. Es ist Unglück wieder passiert. Der Chessner ist abgestürzt mit der ganzen Familie drin. Sehr, sehr traurig. Wie überall. Wie überall. Eine verwaiste Quarantäne-Zone. So schaut es aus. Wie jeder im Film. Wie heißt der Film mit Will Smith mit den Zombies? Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Vielleicht geht es hier durch, ne? Ich habe schon Pillen gesehen. Haha, das ist ja von der Weiten. 50. Nein, da mag ich einer. Hä? Ach so. 100. Das wäre schon gescheit interessant. Ich glaube. Das wäre beides interessant. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Ist alles okay? Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Moment. Oh, tut mir leid. Nein, es ist nicht... schon gut. Mann, für was suche ich denn überhaupt? Und auf geht's. Ellie? Ellie? Ah. Die Leiter. Komm schon. Gut. Weil wenn du Zeit lassen kannst, das kann ich ja. Nein, das mache ich mir gerade los und putzen. Ich habe natürlich nicht so viel Zeit wie... wie du. Weil... du bist wie Engelwie. Oh mein Gott. Ach, geh weiter. Stöß halt hin. Ach, geh weiter. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Na ja. Die Tricks können wir schon. Und dann entgebt mir wieder's darf. Okay. Vielleicht ausnahmsweise mal nicht. Warum? Soll das ein Scherz sein? Warum? Ja, ist schon ein Scherz. Zumal gar nichts. Komm, vereilung! Ja, lass dir Zeit. Ein olden Mäuschkateelzug nehmen. Ach, geh rauf. Ja. Schon gut, schon gut. Warte, ist ja ein richtiger Weg, wenn er los geht. Messer benötigt. Nein. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns Hans übrig? Zurück gehen, zu tauschen. Die ganze Sache unvergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Ohm ist wichtig. Ohm ist nicht so wichtig. Verstehst du? Wo ist jetzt? Hör zu. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Nein, ich geh nicht lohne dich. Bring wir es hinter uns. Das ist der Comic, den sie immer liest. Das ist alles so was. Ein Comic. Und dann geht's. Okay. 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 Und dann geht's. Okay. Okay. pengen. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joe. Schon okay, Ellie. Heute, Wolves. Ich kann ihn jetzt am Messer. Oh, Messer, Brass. Huh? I saw one as your charade. Vier Kugeln, das ist ja super. Boah, Stufe 5. Werkzeug ist alles. Ja, das stimmt. Beziehungsweise die halbe Miete. Hey, Joel. Ich hab was für dich. Hier. Maria hat's mir gezeigt. Und ich, äh... Ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Tja, was man auch immer versucht. So, jetzt bin ich in einem verfickten Scheißbus und da ist wiederum gar nichts. Was haben wir denn? Wieviel habe ich denn? 212. 312. 512. das los hier mal 100% mehr Schaden aber ich nehme da fast nie nicht her das tut ich schon das hätte ich eigentlich am Anfang schon tun sollen ich muss einen Cut machen, 33 Minuten mehr kann ich eh nicht tun, oder? Schauen wir uns noch mal meine Schuhe hat mir ja, wie du das tun kannst 40 Ah, da warte ich noch aber ich mach jetzt einen Cut also H2 Ciao Männer Julian H2 W2 W2 Vielen Dank.